Die Blockflöte? Nein, die Blockflöten sind eine ganze Familie. Alles Blockflöten, hell, dunkel, für kleine Hände, für große Hände, natürlich aus Holz, aber auch aus Kunststoff oder sogar halb und halb. Da ist für jeden was dabei. Die bekanntesten Blockflöten sind Sopranino, Sopran, Alt, Tenor und Bass. Blockflöten eignen sich hervorragend fürs Zusammenspiel. Auf Wiedersehen in der Musikschule. Auf Wiedersehen in der Musikschule. Auf Wiedersehen in der Musikschule.